Yo Chat, ich bin's Kevin, aka Papa Platt und ich bin da mit Basti mal heute in einem Real-Life-Vlog unterwegs. Wir cruisen mal ein bisschen durch Hamburg City und ja, mal gucken was wir machen. Vielleicht klauen wir mal hier ein bisschen, ein bisschen da mal was stehen, ein bisschen hier mal scheppern. Mal gucken was wir machen, ne? Was sagst du Basti, was haben wir heute vor? Ja, wir werden richtig viel Geld verdienen und versuchen einfach nicht von der Polizei erwischt zu werden. Das ist der Plan Zickzack V4, let's go Leute. Ey Chat, was war das denn jetzt wieder? Die Polizei kann auch hier nicht fahren, hier komplett besoffen, sag ich ganz ehrlich. Lass mal gucken, wo kann man hier Waffengewalt erwerben? Hier auf jeden Fall, um die Ecke, Chat. Okay, lass mal gucken hier. Ey Basti, bist du bereit dafür eigentlich? Bist du bereit dafür? Ich bin ready, ich wurde ready geboren. Let's go. Okay, natürlich sind alles nur Spielzeugwaffen. Die denken Airsoft, ne? Das ist eine gute Airsoft-Pistole hier. Äh, G36, was sagst du? Das ist babamäßig. Okay, Chat, Chat. Dann noch eine Snipe und eine Schrotflinte. Wollen wir, ey komm, wir testen mal, tut die weh, tut die weh. Bist du bereit für den Test? Okay, wir testen mal hier. Drei, zwei, eins. Ey Bro. Du musst die Waffen in die Hand nehmen. Bist du bereit? Ja, 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 ja. Bro, Chat, Chat, ey, 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 Basti, chill, 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 bro. Bro, ich bin fast kap... Ich bin fast... Bro, nee, wir müssen kurz ins Krankenhaus. Wir müssen ins Krankenhaus kommen. Komm, schnell, schnell rein. Ey, wir müssen kurz ins Krankenhaus-Block machen. Ey, das geht gar nicht. Ey, Vlog aus dem Krankenhaus, Chat. Basti, wir sind fast getötet einfach. Ey, das ist crazy. Das ist re-talk-crazy, Chat. Deswegen, wir fahren mal kurz mit meinem neuen Porsche, den ich natürlich gekauft habe seit letztem, falls ihr nicht wusstet. Ne? Wir checken auf YouTube auf jeden Fall. Wir fahren mal kurz hier einmal ins Krankenhaus, die Notfallaufnahme. Weil ich hab grad so einen Hit bekommen, Leute. Ey, Chat, das ist crazy. Okay, wir gehen mal kurz mal hier rein. Ja, ich sicher hier draußen mal ab, ne? Ey, ja, Basti, mach auf jeden Fall mal. Chat, was geht? Wir sind im Krankenhaus unterwegs jetzt hier. Ey, wir gehen mal kurz einmal hin. Das ist jetzt mal ein neues Bett, Chat. Hier, wir gehen mal kurz einmal einen Schlafstream auf jeden Fall. Oh, Chat, ey, das war ein geiler Schlafstream auf jeden Fall hier. Ja, was soll ich sagen? Ey, hier kamen die fettsten Donuts rein. Auf jeden Fall kurz geht es aus in den einzelnen, wie gesagt. Für die hunderte Sub-Bomben hier. So, ey, Basti, bist du bereit? Ich bin bereit, let's go. Du auch? Okay, let's go. Ey, beim Auto geht es bombastisch auf jeden Fall. Ey, Basti, das hast du jetzt nicht ernst. Bro, musste das sein? Ja, let's go. Chat hat gesagt. Ey, Bro, ey, Bro, das ist so unnötig, Bro. Ey, wirklich, das geht gar nicht. Nein, es muss es sein. Du hast Minecraft beleidigt. Ja, okay, ey, kein Problem. Ich setze von den Steuern einfach wieder ab. Ey, Bro, kein Problem. Kein Problem. Die Kosten vom IRC gehen auf die Steuern wieder Absetzungen. Kein Problem, Bro. Du willst halt Steuern? Na klar, Bro, hä? So, Bro, es ist unglaublich. Oh mein Gott, oh mein Gott, da verzieht sich. Ey, Chat, 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 Chat. Vorsicht, Vorsicht. Oh mein Gott, Chat. Ey, was ist denn los? Oh mein Gott, Chat. Nika, wo ist Basti? Chat, wo kommen die alle her? Yo, oh mein Gott. Erstmal wegfahren hier. Ich muss mal wegfahren. Oh, Chat und uns drin. Fahr mal, bisschen schneller vielleicht. Oh mein Gott, Chat is crazy. Bro, wo kommen die denn alle her? Basti, hast du im hier Standort geleakt oder sowas? Oh mein Gott, Bro, was machst denn du denn? Hast du mir hier Adresse oder Straße gezeigt oder so, Bro? Oh, ich hab Handynummer geleakt, du weißt. Oh, du hast Minecraft geleaktet, was erwartest du? Ey, Chat, Chat, was? Wer war das? Bro. Ey, wirklich. Bro, Kevin, Kevin, bitte. Nein. Oh mein Gott, Chat. Bitte, nein. Schnell. Junge, bitte. Es kann, nein. Es kann nicht sein. Nein, Chat, 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 Chat. Wo kommen denn die auf einmal alle her? Ich bin tot. Alright, Chat, wir sind jetzt gerade hier beim ALIAC. Karre ist davor abgeschmiert. Ähm. Kopp kam einfach um die... Ja, aber Hilfe von hinten. Pass auf, ich werde gesniped. Ja, 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 Chat, 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 Chat. Wir werden gesniped. Ich lade nach. Chat, das sind irgendwelche Gangster, oder? Nee, nee. Irgendwer anders hat uns gesniped, glaube ich. Aber ich wurde gerade gesniped. Bro, ich weiß auch nicht von wem. Ey, Basti, das ist crazy. Wir müssen aufpassen. Ey, Straßen sind gefährlich von Hamburg. Yo, 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 yo. Oh mein Gott, Chat. Oh mein Gott, Chat, 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 Chat. Bro, krasser Drift. Felge mitgenommen nochmal kurz. Aber kein Problem. Wird von den Steuern abgesetzt. So, Chat, einmal kurz reparieren. Moinsen. Und einmal wieder rausfahren. Okay, Chat, wir werden jetzt noch kurz ein bisschen einkaufen gehen, würde ich mal sagen. Natürlich auf netter Art und Basis, ist ja klar. Safe, Digi. So. Oh, ich sehe gar nichts von dem Licht hier. Es ist so dunkel hier. Okay, so, Chat, wir gucken mal. Ey, Basti, bist du bereit, Bro? Ich bin bereit. So, wir machen jetzt noch mal was kulinarisches. Oh, warte, Bro, 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 hier war schon, Bro. Hier war schon, Bro. Oh, oh, Bro. Ich glaube, der mag uns nicht. Der mag uns safe nicht, Digi. Schießt der auf uns? Ah, wir können jetzt sterben. Alter, dieses Aim ist ja so gut, Alter. Oh, 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 pass auf, Bro, pass auf, Basti, pass hier. Okay, Basti, ist down, ist down, ist down. One-Shot, wir haben ihn mit dem First-Try geholt. First-Try geholt mit One-Shot. Let's go, let's go, let's go. Okay, wir sind zugepackt. Also Hamburg parken ist echt krass hier, aber... Okay, ähm, Basti, wo soll man hin? Ich glaube, Kleidungsgang, ein bisschen Merchandise abholen, ne? Für unsere neue Kollektion, ne? Ja, let's go, let's go. Ah, hier ist ein Zaun. Da ist ein Zaun. Ich würde sagen, wir müssen euch den Jubiläum machen, mal was Krankes. Crazy shit, so mäßig. Das wäre crazy. Ein paar Jewelies mitnehmen auf leichter Basis. Bro, das wäre crazy, wirklich. Das wäre wirklich crazy. Okay, ähm, wir gucken mal hier. Ich hoffe, Chat, das funktioniert noch. Äh, schauen wir in Chat, Leute. Eins für Dings. Ey, das ist auch nicht dein Ernst. Das wird auch schon... Bro. Ey, Digi, wir müssen sofort zum Juwelier. Okay, ey, Chat, vergiss, was ich gerade mal sagen wollte. Wir gehen zähl zum Juwelier sofort. Ein paar Diamond, ein paar Icebergs abholen. Äh, natürlich blinken wir noch kurz hier. Wir sind natürlich Zivilier unterwegs, ne? Ist ja klar. Soll ich nicht auffallen oder sowas, Chat. Ey, geil, so let's... Chat, wir fahren jetzt los. Was glaubst du, willst du hinhauen oder willst du hinhauen? Es wird super hinhauen. Wir werden den ganzen Juwelier leer räumen. Alright, 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 alright. Okay, bro, 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 das können wir easy machen. Easy, easy, bro. Alright, okay, so, Chat. Äh, wenn wir gleich eine 100er-Dono bekommen, hier in Chat. Oh mein Gott! Ey, ich hab kurz auf den Chat geguckt. Ich hab kurz auf den Chat geguckt. Chill, chill, chill. Du nimmst da wen mit. Egal. Ey, ich hab kurz auf den Chat geguckt, deswegen tut mir leid. Auf jeden Fall, wenn wir gleich eine fette 100er-Dono bekommen, rauben wir auch gleich die Hamburg-Bank aus, ne? Oh, bro, das ist ein Cop hinter uns, ne? Das ist ein ganz übel Kombo. Wir müssen, glaube ich, eventuell ein bisschen Zeit noch schänden, eventuell. Und ein bisschen, obwohl, sollten wir? Ich hab ein HP, deswegen sollten wir auf jeden Fall erstmal aufpassen. Oh, bro, 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 was ist hier los? Chat, guckt euch mal an. Einfach die Zist am Boden. Lass... Junge, hell, was? Das ist ein Hacker. Wow, was aller Welt. Bro, ich glaub, die Matrix hat grad zugeschlagen. Ja, guck dir das doch mal an. Bro, der kommt aus einer anderen Dimension. Ich seh nicht. Oh, wo ist dein Auto? Guck mal auf der Map, wo dein Auto ist. Äh, irgendwo ganz weit weg. Also, genaue Beschreibung. Bro, was in aller Welt? Bro, Chat, das ist crazy. Das ist crazy. Irgendwelche Magier hier grad am Start. Irgendwelche aus Hogwarts. Bro, ich werd grad... Ich werd grad mega weggestördert, bro. Er kriegt mich durch die Map. Bro, das ist crazy, bro, was hier grad abgeht. Das ist ultra crazy. Einfach Magier hier. Bro, alle Autos werden weggesaugt einfach. Chat, das ist crazy. Was passiert denen gerade hier? Oh mein Gott. Chat. Also, was, die grad immer grad abgehen? Ey, das ist crazy. Das ist crazy. Ich will's mir nur angucken. Ich muss das nochmal angucken. Chat, wo ist der? Der ist ja doch noch, oder nicht? Nein, ich werd grad getasert, Mann. Ähm, was machen wir jetzt, Basti? Wir haben das Auto verloren halt, ne? Durch den Magier. Willst du ihn nicht umschießen, maybe? Ach so. Ah ja, 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 da war... Okay, Chat. Ich bin low. Also, den Schuss weg, sie verlieren wir. Okay, okay, okay. Chat, 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 chat. Ey, hier, hier, hier. Oh, oh, dicke Diamonds. Dicke Diamonds. Papa P. Ja. Sammel auf, let's go. Nein, der hat geklaut. Er hat geklaut. Nee, der muss nicht bleiben. Schlag ihn rum, Schlag ihn rum. Er hat einmal geklaut. Bro. Er wird festgenommen, er wird festgenommen, er wird festgenommen. Chill, 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 chill. Bro, er hat einfach, er hat einfach mir die Jewelies geklaut, yo. Okay, warte mal neue. Ich hab keine... Bro, der Hacker, wo ist der Hacker? Ah, hier ist der Hacker, let's go. Warte, das ist der Magier, das ist der Magier. Hilfe, Bro, Bro, bitte. Ja, ey, Bro, ich mach grad... Ich hab grad keine Zeit, Bro. Basti, das musst du durchhalten. Ich hab grad miese Probleme. Ja, Basti, ey, das hältst du durch? Ich bin grad am ausrauben. Bro, irgendeiner schießt auf mich. Ey, Chat, das hauen wir das Ding hin. Ey, das ist alles real, das ist alles real. Kein, kein Fake oder sowas. Ja, was in aller Welt passiert der? Der Hacker, der ist crazy. Wenn man ihn berührt, fliegt man durch die Luft. Ja, ich würde ihn nicht anfassen, ne? Crazy. Chat, wir müssen weg. Wir müssen weg, hier ist Eskalation. Basti, Basti, komm, wir müssen rennen. Oh, wo, 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 wo? Hier, 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 hier. Wo ist dein Auto? Ja, weg, Bro, das ist... Ach so. Das ist halt legit, das ist actually komplett... Ey, das ist totally gone, Bro. Wir klettern uns an den ran, weißt du, in Minecraft gibt es eine Line. Dann machst du die um den drum und dann fliegt er durch die Luft. Basti, 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 chill, chill. Wir sind hier, wir sind hier grad im echten Hamburg, Bro. Wir sind grad... Bro, im echten Hamburg. Bro, wir sind grad im echten Hamburg hier. Das ist das reale Leben, Bro. Das ist ein Magier, okay? Der kommt aus der Matrix, Bro. Oh, im echten Hamburg, okay. Ja, ey, crazy, ich weiß, crazy, aber wir müssen weiter. Ja, okay, weiter geht's. Wir müssen weiter, Bro. Wir müssen, wir müssen hustlen. Oh, Bro, 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 Bro. SDK, 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 SDK. Schieß, schieß, schieß. Okay, Bro, da ist er, der ist ja, Bro. Es ist down, 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 down. Es ist down, es ist down. Let's go, let's go, da ist noch ein anderer gewesen, glaube ich gerade. Pass auf. Da ist noch ein SDK. Schieß, schieß, schieß. Bro, ich hab keine Munition. Äh, ja, dann stirb. Oh, warte, warte, jetzt ist raus, erst noch ein Auto aus. Er schickt hinter dem Auto. Oh, er hat geschnipt. Ich hab auch eine Snipe, ich vertraue. Ich werd ihn holen, ich werd ihn holen. Okay, Bro, hol den, hol den, Bro. Hol den, Bro. Bro, 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 er kaffurscht mich. Junge, warum? Was, 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 was? Bro, Bro, wer? Wer ist er? Wer ist er? Bitte. Also, es ist wirklich, Bro, come on, bitte. Nein, ich hab nicht nachgeladen, Bro. Ich bin, oh mein Gott, Bro. No way. Bro, that's crazy. Yo. Alright, Chad. Ey, ich bin grad down. Ich bin grad am, ich bin grad am, ein bisschen am Grass touchen. Ey, Chad, das, 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 das ist crazy, Bro. Ey, er sagt noch sogar W, er sagt noch sogar W in the chat. Bro, that's crazy. Das kannst du nicht rausdenken, wirklich, Bro. Ey, Bro, Basti, ich hab gleich ein dickes Problem. Ich bin gleich Haps eventuell, ne? Nein. Bist du, Bro, Bro, bist du? Ich bin hier, wie du, beim Juwelier. Nein, komm hier zur Straße, wo, der ist die Color-Shield. Bro, ich werd gleich festgenommen hier. Ich bin festgenommen. Ey, Bro, no way. Ey, no way, that's crazy. Yo, nein, Bro, ich bin auch festgenommen. Ähm, das gibt's nicht. Er hat mich in seinem Auto vergesen. Mm, hell nah, Bro, Bro. Kein Plan, was hier los ist, Bro. Okay, okay. Ähm. Alles gut? Ja, ja, ist gerade auf der Magie ein bisschen geslappt. Oh mein Gott, Bro! Yo. Ey, ich sag dir ganz ehrlich, Bro, ich bin spartlos, Bro. Was ist das, das ist das crazy-stuff, was hier gerade am happening ist. Bro, das ist crazy. Okay, Bro. Ey, äh, Basti, ich weiß nicht, wo du bist. Aber... Ich bin raus. Ey, Knast. Ich bin Knast. Ey, bist du auch Knast, Bro? Ja, ja. Kommst her? Ja, ey, Bro, ich komm jetzt her. Ich komm jetzt her. Ich bin gleich drin. Ich bin drin, Bro. Bro, bist du? Wo bist du? Oh mein Bro, was geht? Ich hab mich auch nicht WaterMLG. Kannst du WaterMLG? Ey, das ist... Hm, das ist ein guter Frag, ob das noch kann.